Wir sehen hier zwei Crafting-Rezepte und zwar auf der linken Seite ist das das Rezept für ein Unendlich-Schaden-Schwert. Wir reden ja nicht von 999 Millionen, nein, unendlich. Und auf der anderen Seite haben wir eine Lederkappe, die uns unendlich Herzen gibt. Heutige Mission ist es, diese beiden Sachen zu craften und auszutesten. Am Ende, ich bin gespannt und damit. Hey meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer neuen Episode zusammen mit der Lensky. Hello, hi. Hi, 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 hi. Okay, ich würde sagen, wir legen los in der Mission, ist klar. Schärfe 2 Buch, Schwerter, Armbrust, Bogen, 3, zack, Totem, dann Sterblichkeit, Schildkröten, Panzer, Helme, Angel, Gott, okay. Gut, Leute, wir brauchen erstmal, Gott, was ist denn so ein Spawn? Wir brauchen erstmal Natur-Lamont, Holz, Eisen, weil ich habe hier direkt Kies. Ey, ey. Hier will ich, ich hole mir erstmal Holz, Leute. Erstmal Holz, Elina ist schon fleißig dabei. Jawohl, hier eine Werkbank, zack. Und jetzt geht das hier, wo geht's? Wir brauchen halt viele Diamanten, weil du brauchst einen Verzauberungstisch. Viel Eisen brauchst du auch, du brauchst nämlich einen Amboss. Du brauchst das Schwert, den Helm. Braucht man nicht für den Schild auch viel Eisen? Nee. Ach doch, ja eins halt. Ach so. Glaube ich zumindest jetzt. So, wir haben jede Menge Holz, lasst uns das hier noch abbauen. Dann machen wir uns erstmal eine Spitzhacke, holen uns dann Stein, dann machen wir uns erstmal Basic-Werkzeuge. Nice, ich hab Dias, ich hab Gold. Das ging ja schnell. Okay. Bupp. So, jetzt versuchen wir hier einen Feuerstein rauszukriegen. Dann haben wir, können wir, ah ja, perfekt. Okay, das ist ja perfekter. Jetzt können wir gleich uns eine Höhle suchen. Uns dort Eisen organisieren. Und dann können wir uns direkt ein Feuerzeug machen. Das macht das mit dem Essen natürlich sehr viel einfacher. Okay, wenn du schon meintest, du hast so viel, dann... Oh, ich hab Zuckerrohr. Aber nur zwei. Bringt uns also jetzt nicht so viel. Ähm, dann kannst du ja mal schon einen Amboss machen. Ja, ja, ich muss das erstmal braten, ne? Eisen! Eisen! Okay, wenn du den Amboss machst, dann würde ich sagen, mach ich den Helm. Dann machst du nix, Leute. Dann schütt ich mir halt ab, also. Ich mach mir eine Eisenspitzhacke, das lohnt sich schon. Buff. Wupp. Buff, 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 Buff. So. Zwischenzeit machen wir weiter mit Eisen, aber das wird ein Speedrun hier mit den Rezepten. Niemand hat je so schnell diese Rezepte zusammengesucht wie wir. Hat überhaupt jemand schon mal solche Rezepte zusammengesucht? Nein, ziemlich sicher nicht. Aber das sagt, aber das, 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 das Erste. Okay, eins von eins, aber. Das ändert ja nichts an dem Fakt, ne, sag ich mal. Ja, ja. Also Eisen hab ich hier jede Menge. Ich auch. Wie viele Dias brauchen wir? Lass mal kurz rekapitulieren. Wir brauchen einen für den Verzauungstisch. Äh, fünf für den Helm sind sechs. Und zwei für das Schwert sind acht. Stimmt das, dass wir acht brauchen? Ich sag einfach mal ja, aber ich hab eigentlich keine Ahnung. Guck mal, ich hab sogar neun Diamanten, ne? Zur Sicherheit. Du hast schon Diamanten alle? Ja, neun stimmt schon. Okay. Ich wollte mich grad auf die Suche nach Diamanten machen. Hat sich dann ja wohl erledigt. Hat sich erledigt, brauchst du nicht mehr. Kein Problem, ich rede das. Brauchen wir Redstone? Ich nehm mal mit. Ne, Redstone brauchen wir aber gar nicht. Lapis brauchen wir auf jeden Fall. Da ist wieder ein Skeletters. Für, zum Verzaubern, für Schärfe zwei. Ich denke mal, dass wir nicht genug Eisen haben, oder? Bei einem Ambossverbrauch. Wie viel Eisen brauche ich denn? Na, das Spiel, Ambosser hat drei Blöcke. Ich will auch wenigstens mal Dias sehen. Ein Dias? Dias, ja. Aber hier ist nischt. Eisen finde ich ohne Ende, Alter. Gold. Gold auch wichtig, ne? Für Goldapfel. 18 Eisen. Ja, das reicht dann jetzt so sagen. Ich hab irgendwie hier ein Inventar jetzt nochmal. 14, 15, dann im Ofen nochmal 10. Reicht. Gold brauchen wir auch noch ein bisschen. Da hab ich jetzt zwar was gefunden, aber ich glaub, das... Nee, das reicht auf jeden Fall safe noch nicht. Erst sieben. Nochmal. Okay, Goldapfel sollte ich genug haben. Ich hab auch Gold, zwei Stück. 8, 9, 10, 11. Du hast auch Gold? Ja, zwei Stück. So, Marge. Okay, Gold. Kein Problem. Okay. Diamanten. Diamanten. Leute, ganz vergessen zu sagen, flankt auf jeden Fall den Like-Button. Wenn ihr mehr solche Challenges sehen wollt und euch die Folge bis jetzt gefallen hat, würde ich mich sehr freuen. Siehst, der Erfolg. Hast du auch den Erfolg bekommen? Das hab ich gar nicht gesehen. Na klar, schon lange. Okay. Oder die, das werden wir sowieso nicht brauchen. Alter. Ein 10er vorkommen? Absolut overpowered. D-d-d-d-d-d-d-diamanten. Und nochmal Gold. Na Gott. Okay, dann lass schon mal gucken, was wir alles... Vielleicht, dass wir uns hier eine Kiste machen, dass wir da schon mal alles bereitlegen, was wir brauchen. Ja. So. Okay. Okay. Eisenhelm. Easy. Mach ich. Buff. Hammer. Dia-Schwert sollte ich machen. Äh, Dia-Helm. Buff. Hab ich. Okay, dann brauchen wir ja keine Dias mehr. Na, Angel. Na, Angel. Doch, für einen Chantet. Für... Und für, äh, ein Schwert. Äh, Schwert und Spitzhackel. Guck mal kurz, ob ich hier auf die schnelle, auf die schnelle Welle Zucker rufe. Da hinten. Hab ich da direkt in meinen Adelaugen gesehen. Ich bin gleich wieder da. Spinne perfekt, Alter. Ich brauche noch Fäden für die anderen. Dropgun. Jawohl. Hast du Fäden? Äh, äh, Fäden? Nicht Federn? Nein. Nein, hab ich nicht. Ich hab nur einen, Alter. Braucht er zwei, ne? Äh, man braucht zwei Fäden, ja. Ja. Das ist so scheiße. Ich hab nur einen. Da ist noch eine. Da ist noch eine. Okay. Die hab ich jetzt gesehen. Mein Adelaugen. Gib mir das Zucker. Leck, go, schmeck, go. Okay, Zucker, go, hammer. Haben wir das Problem auch gelöst. Ich bin gespannt, wenn einer unendlich Herzen trägt und der andere unendlich Schaden, wer dann gewinnt. Wie ist denn das dann? Oh, stimmt. Wie ist denn das dann? Wie sehen unendlich Herzen überhaupt aus? Ja. Da bin ich mal übel gespannt. Das hab ich dann gar nicht gesehen. Okay. Ich hab einen Faden. Perfekt. Dann kommen sie mal her. Wille. Danke. Dann brauchen wir noch das hier. Brauchten wir. Angelhammer. Lass mal sortieren. Das Steinschwert. Hast du das Steinschwert schon? Nee, nee. Kannst du alles machen. So, erst dann müssen wir hier. Goldschwert brauchen wir auch noch. Buff, buff. Dann packen wir meinen Ofen daneben. Und machen den Rest. Buff, buff. Goldschwert. So. Haben wir einen Apfel. Wir brauchen einen Apfel. Droppen aus diesen Dinger. Nee, Äpfel droppen doch nur aus Eichen. Da hinten haben wir welche. Apfel. Boop. Tadadam. Nice. Goldapfel. Wird. Eledect. Oh, bitte, dass das ein Lava sei sein. Bitte, 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 bitte. Nein. So, Gold müsste man ja. Goldhelm hast du noch nicht gemacht. Und Goldschwert auch noch nicht, ne? Nein. So, das heißt, wir machen erst mal jetzt hier ein Goldschwert. Gefolgt von Goldhelm. Haben sie das Rezept geändert oder ist das immer noch so? Nee, Goldapfel. So, Goldapfel. Aber Schwert habe ich schon gemacht. Ja, jetzt haben wir... Verdammt. Haben wir doppelt. Ähm. Goldapfel auch hier. So. Jetzt fehlt uns noch eine Lederkappe. Hast du Leder? Ist ja gar kein Leder. Ist irgendwo... Ah, da sind Pferde. Hehe. Bist du mir leid, meine guten? Aber wir müssen diese Lederkappe producen für unendlich Herzen. Ich bin dir das zu entschuldigen. Pferde. Wann hätte er nur zwei droppen können, das Kollege? Ein. Schade. Wir brauchen fünf, Alter. Es sind nur drei. Und er hat gar keins gedroppt. Slash Locate. Wir brauchen ein... Warte mal. Lass mich mal kurz gucken. Wir brauchen ein... Menschen. Genau. Ups. Da findet man... Das dauert ein bisschen beim Suchen, weil es sehr, sehr wenige gibt. Okay. Jo. 10.000 Blöcke entfernt, Alter. Bei 8.000 und 2.800. Überleg mal, wie selten. Also man kann Wochen lang eine Welt spielen und nie so ein Ding. 8 Monate. Gut, wir gehen da jetzt hin. Hm. Aber eine Ausrüstung ist... Reicht die dafür? Ich will mein Eisen jetzt halt nicht verplempern, weißt du? Ja, ja. Okay, ich tue Eisen jetzt hier mal schon rein. Das kannst du ja, denke ich, mal gebrauchen. Den Bogen können wir auch reintun. Der kommt da rein. Eisen kommt hier in die Mitte, weil das gehört zu keinem Crafting. Das tun wir hier, damit du alles schon mal machen kannst. Ich lasse dir alles hier, was du gebrauchen kannst. Okay. Die kannst du auch gebrauchen. Leder auch. Und ich denke, das war's. Den Rest nehmen wir mit. Okay. Dann auf dem Weg zur Mansion. Oh, Forky, der Geist. Wiener... Oh, verdammt. Forky, der Geist hat mich zur Mansion geführt. In Eiltempo, Alter. Forky ist so ein Ehrenbruder, oder? Ja, Alter. So, das schmeißen wir weg hier. Okay. Dann lass uns mal Lucky Lucky machen. Also, man kann die... Also, ein Magier droppt immer, immer, wenn ich das richtig verstanden habe, auch ein Tote. Oh, da habe ich doch direkt angehört, oder? An diese Creeper nerven jetzt, oder? Aber die Spawner hat nur einen gewissen Räumen. Vielleicht haben wir Glück, und hier ist direkt einer. Nicht... Nee, das sind diverse andere Zombies. Aber ich höre einen. Hier ist einer. Also, ich muss den erst mal killen. Wir schießen nicht, ich sage, die sind so dumm. Für die Armbrust müssen wir dann so ein... Wie heißen die Dinge? Außenposten finden. Und für den... Für den... Für den Dreizack müssen wir diesen Wassertempel finden. Der ist nämlich hier, ne? Ich denke, wenn wir nach oben gehen. Das ist ganz gut. Oh Gott, zwei. Die sind stark. Eisenachs. Aufpassen. Oh, der hat einen Emerald gedroppt. Leider nicht das, was wir gebrauchen können. Aber wenn ihr niemand mit... Ich akunde das jetzt hier auch das erste Mal. Ich hoffe, wir finden ja auch einen Magier. Ich hoffe, ich... Ah, da... Ne, das ist kein Magier. Doch, da ist ein Magier. Nice. Könnt ihr diese Plagegeist... Mein Gott, Alter, das ist der... Totem. Ist aber ganz schnell hier weg, Alter. Ich shoppe ein Totem. Nice. Nein, ich tue es nicht in die Zweithand. Ach komm, killt mich. Dann bin ich direkt bei dem Portal. Mein Plagegeist. Hey, kill mich doch. Bei dem Konzept, meinst du. Jawohl, danke. Was habe ich gesagt? Hey, wo bin ich denn? Portal. Ich bin wieder nicht beim Portal. Oh nein. Bin weder beim Portal, noch bei den Grafting-Rezepten. Auf einer einsamen Insel. Bei welchem Portal, Ben? Gar kein Portal. Aber warte mal, das ist aber gut. Vielleicht finden wir hier direkt... Drowned. Wir brauchen nämlich einen Drowned. Der hat dann irgendwie eine 8%ige Chance oder so. Ein... Alter Delfine. Aber der kriegt doch Gunst der Delfine jetzt, oder? Ja, danke. Jetzt schwimme ich übelst schnell. Ehre. Da haben wir vielleicht Glück. Aber der droppt zu 8%, wenn ich es richtig weiß. Ein... Dreizack. Oh, da. Hä? Wie viel Lack kann man haben, Alter? Null. Hast du einen Dreizack bekommen? Nee, aber ich habe direkt so einen Tempel. Hey, Delfine. Booty ist mein Tempo-Zweck. Wo seid ihr? Unsere Base wurde angegriffen. Elina crafted einfach. Jo. So, Dreizackhammer. So, das nehme ich mal alles raus. Die Lederkappe. Ah! Ja. Oh mein Gott, zum Glück nicht. Die Kiste, Alter. Oh mein Gott, ey. Wann hast du die Lederkappe verzaubert? Die habe ich nicht verzaubert. Ich habe die so gefunden. Ach so. So. Ähm. Okay. Totem. Wir brauchen eine zweite Kiste. Warte. Wir brauchen eine Müllkiste. Die tun wir hier. Shop nehmen, schlaf. 4 zu 4 Zeug. Ey, wir sind ganz kurz davor. Ich glaube, wir haben sogar schon eins. Kann ich sagen. Buff, 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 buff. Buff, 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 buff. So. Okay. Zack, zack. Hast du Obsidia? Na sicher. Okay, nice. Dann gib mal her. Ich mache hier Bücher. So. Ein paar mehr brauchen wir schon nicht. Hast du noch... Hast du noch... Leder? Leder, ja. Ja, sieben Stück. Okay. Dann drop auch mal. Cool. Warte, ich habe eh... Ich hatte selbst ja auch Leder. Wollte ich den Amboss machen? Ja. Was brauchen wir denn eigentlich? Um das Buch zu verzaubern? Schärfe 2. So, ich mache jetzt erstmal Verzauberungstisch. Buff. Hammer. Schöne Bude. So. Ist irgendwie hässlich aus hier. Das hat leider nur für einen Einzel-Dotter erreicht. Mehr Einzel hätte ich dann noch nicht. Warte, ich habe hier... Da. 24. So. Der ist nochmal 2. Okay. Wir verzaubern... Das... Buch. Stärke. Schutz. Okay, wir haben nur... Müll. Schärfe ist halt relativ selten jetzt, ne? Stärke, Effizienz. Schärfe. Nice, wir haben Schärfe. Hast du noch Zuckerrohr? Nee. Verdammt. Oh, wir brauchen noch mehr. Ja, weil ich das mit den Büchern verkackt habe. Hier liegt noch was. Hier liegt noch was. Wie, da liegt noch was? Ah ja, naja. Also hier, klar. Okay. Ja, weil ich das mit den Büchern ein bisschen verkackt habe. Muss ich ehrlich gestehen. Aber jetzt weiß ich, wie man es perfekt macht. So, Essen ist auch relativ rar. Wir haben 4. Es sind 9 Items. Wir haben hier 3, 6... Ey, wir haben das eine zusammen, ne? Ja, sehr schön. Und bei dem anderen fehlt noch das Buch und die Armbrust. Kamera reist jetzt auch wieder an. Hi, Leute. So. Was muss ich überlegen? So, so. Ja, du kannst schon mal... Gehst schon mal zu so einem Außenposten. Slash Locate und Abfahrt. Oh, geil. Weil da kriegst du, glaube ich, eine Armbrust. Ja, die haben ja alle eine Armbrust. So. Okay, da ist keine Stärke, aber gar kein Ding. Buff. Schärfe. Schön. Amboss. Schärfe 2. Wir haben es. Sehr, sehr schön, Alter. So. Hast du die Koordinators? Ja, ja, ja. Äh, 528, 10.000. Das ist sogar relativ in der Nähe. Und 10.000. Lol, stimmt. Ja, wir sind bei 9.000. Ist ja echt mega in der Nähe. Hey, stimmt, das ist doch das richtige Biom. Wie auch ist die Wahrscheinlichkeit, dass die so eine Armbrust droppen? Können die überhaupt eine Armbrust droppen, Idina? Ich hab eine Armbrust. Also, hä? Ja, die hab ich mir geklaut. Ah ja, und dann abfahrt. Schön nach Hause. Wir haben alles. Nice, Alter. Ab zum Schild. Mann, ich dachte, ich sterbe dabei. Das ist auf jeden Fall eine knappe Bude. Hey, lass sterben, dann spawnen wir da. Also, du zumindest. Ja, genau, das war mein Plan. Nice. Wir haben alles. Stark. Sehr schön. Okay. Jetzt haben wir hier eine Ender-Chest. Unendlich Angriffsschaden. Unendlich herrhoff. Ich nehm beides mal raus, ne? Jawoll. So. Ich tu mal meinen Dia schwer weg, dass wir das nicht verwechseln. Nee, das muss in die Trash-Kiste. Wobei Trash, so viel Trash ist ja gar nicht drin. So, siebensten Waragd. Trash, jo. So. Okay. Unendlich Schaden. Das sieht natürlich erstmal relativ unspektakulär aus. Ja. Ich denke mal, dass ich einfach alles wohnen hätte, oder? Ja. Ah, gut. Okay. Ja, klar. Zieh mal, zieh mal irgendwie was an, so ein bisschen. Ein bisschen Rüstung. Hab nix. Du musst Rüstung haben. Klar. Warte. Und einen Dia-Helm haben wir ja auch noch. Da. Haben wir noch so ein bisschen bessere Rüstung. Eine Hose brauchst du noch. Äh, und das reicht nicht mehr für die Hose. Okay, das ist, wie viel Rüstungspunkt hast du jetzt? Äh, sechs. Das ist schon ordentlich. Ja, moin. Alter, deine ganze Rüstung ist One-Hit auch kaputt gegangen. Ja, ich hab's gesehen. Ich hab's zersplittert gesehen. Lol. Warte, warte, warte. Bist du bereit, Dina, für einen kleinen Spaß? Ja. Ja, easy. One-Hit. Die leuchtet lieber weg. Ich glaube, das Portal kommt dann. Okay. Interessant, interessant. Da, kannst du mal testen. Unendlich HP. Ich weiß nicht, was jetzt passiert. Ich zieh an. Äh, da sieht der richtig billow aus. Hey, sieht auch von den Herzen her voll billow aus. Also, normale Anzeige. Warte, warte, warte. Schlag mich mal. Oh, das Schwert hat gewonnen. Der ist sogar kaputt gegangen. Was ist das mit kein Kämpfer? Wenig unendlich Herzen. Megascheiße. Das war übelst enttäuschend, hä? Na, ich glaube, man hat schon. Das muss ich erst aufladen und endlich wahrscheinlich. Ich glaube, du kannst darüber verlieren. Ja, ich kann die Kappe ist weg. Das ist kaputt. Oh. Ja, dann habe ich gewonnen. GG. Das war übelst scheiße. Aber das Schwert ist geil. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Flankt auf jeden Fall den Like-Button für einen weiteren Teil. Vergesst nicht zu abonnieren und jetzt auf das Video zu klicken, um direkt zum nächsten Video zu kommen. Ehre. Bis morgen. Euer Benson. Ciao. Ciao. Ciao.